Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt und diesmal wollen wir Riot anspielen, ein PSN-Spiel. Ihr werdet in 4K aufnehmen und aufspielen, HDR habe ich ausgeschaltet, ich weiß nicht ob es HDR hat, ich werde nichts bearbeiten an diesem Video, ich werde kein Intro, Outro, irgendwas machen, ich werde es nicht rendern, gar nichts. Reines Gameplay-Material hochladen, YouTube rendert es ja von sich aus noch mal ein bisschen, aber damit ihr wirklich so nah wie möglich an die Grafik rankommt, wie ich es hier auf meinem Monitor sehe. Es ist schon spät, also verzeiht mir, dass ich hier so ab und zu einen Sprachfehler habe. Der Strom ist hoch. Scheiße, schon wieder Klamotten runter, oder? Das wird immer mehr mit dem Strom. Dosch ... genau. warum muss ich mal so so ein bisschen unterhalb. Tone ist eigentlich alles okay. Übernehmen. Haben wir das jetzt auch noch drin? Ja. Global versus Geschichte und Geschichte. Fangen wir da an. Ach, da kannst du beide Seiten spielen. Machen wir erst mal das. Also euer Monitor ist nicht kaputt, das ist wirklich so pixelig, das ist so gewollt, das Spiel. Okay. ok also sagt hier räumung habe ich gerade falsche gedrückt ich weiß kann man doch gerade mit der haftig story bereit ich habe mich bestimmt verklickt und habe aus versehen zurück gemacht es ist zwar eine pixel grafik aber hat was sie cool aus so ist eigentlich durchgeschickt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, schön mit dem Wassenwerfer hin. Ja, schön mit dem Wassenwerfer hin. Wassenwerfer hin. Jetzt zeig ich auch raus und kriegt das mal in Einheiten, wie ich die auswählen kann. Wassenwerfer hin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020